Musik Ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Workshop 3 Ich bin Ram und ja Heute gibt es mal wieder ein 2 vs 2 Ich habe mich wieder für Ork entschieden, mein Maid spielt Random, gucke ich gleich was da ist und im Gegnerteam ebenfalls ein Ork und ein Random Guncaster, was? Ja Spellbreaker wären vielleicht nicht schlecht Ja Ork und Random spielen die Gegner genauso wie wir quasi Er spielt einen Paladin first Somit nehme ich auch meinen Blader wieder Kann er mich ein bisschen heilen Wenn er jetzt seine IM gespielt hätte hätte ich vielleicht den Phasier gespielt weil ich ja dauerhaft Mana hätte Aber gut, so machen wir das so So Ganz normaler Standard Build Order Erste Grunt jetzt auch im Bau Und wir machen zuerst hier den Shop Mal gucken was wir haben Es Sieht nach Mana Brunnen aus würde ich sagen Erkennt man immer daran dass es so ein bisschen lila ist Beim Heilbrunnen ist es richtig blau Also hellblau So Da muss ich jetzt natürlich auf den nächsten Borough warten Das war ein böse Leck So Und dann fangen zu klicken Mein Maid nicht der schnellste Hat noch keinen Helden und das als Human Greif des Adels Nicht unbedingt das Item was ich wollte aber okay Müsst ihr euch merken wenn ihr Gnollwut habt ziemlich früh immer die Shops creepen Droppen doch recht geile Items dafür dass die Creep Spots so leicht sind Also können auch Claws of Attack oder Ja die normalen Claws droppen So Braucht man eigentlich immer nur diesen Oh ah linken da war der gegnerische Blader Da sind sie Claws of Attack Und Level 2 So ich kaufe direkt einen Dust und die Boots ich höre und gehorche Okay Ich stehe euch zu Diensten. Ich höre und gehorche. Vorzugliche Wahl. Gut, komm hier, Junge. Nicht hier diesen kleinen Grün. Der lohnt doch gar nicht. Komm, komm, komm. Ich habe Boots. Komm, komm, komm. Aber er portet. Ich stehe euch zu Diensten. Ich höre und gehorche. Okay, jetzt zweiten Helden. Ja, Lord. Ja. Das Upgrade für die Grunts. Ja. Das kann ich. Und ich gehe auf Charmi. Ich stehe euch zu Diensten. Ja, Lord. Vorzugliche Wahl. Oh, oh. Ja. Kostet meine Klinge. Dammit. Was ihr wolle. Ich stehe euch zu Diensten. Horschung abgeschlafen. Vorzugliche Wahl. Ja. Ich höre und gehorche. Führt meine Klinge. Ja, Lord. Ja. Gurgel-Mitte. Und ich gehe weiter auf Tier 3. Die schicke ich dort zum Holz sammeln. Oh. Danke. Meister Dabu. Danke, danke. Wood ist sehr nice. Aber gern. Arbeit abgeschlossen. Wir werden angegriffen. Äh. Komm. Wer ist mein nächstes Opfer? Ein bisschen Heilung durch Spam. Und ich gehe wirklich auf eine Menge Charmi's. Uh. Ich stehe euch zu Diensten. Führt meine Klinge. Was liegt da an? Ein Leben für die... Oh. Ja, Lord. Ich höre und... Erstmal die Äxte freimachen. Ja. Und jetzt brauche ich weitere Orgbauten. Das kann ich. Ich stehe euch zu Diensten. Oh. Versteckend sind Feinde. Arbeit abgeschlossen. Was liegt da? Vorzug nicht erwartet. Du bist schon mehr geschlossen. Führt meine Klinge. Ja, Lord. Ich höre und gehorche. Hoi. Gehen wir hier mal gucken. So, noch ein paar Schammi's nachjagen. Oh. Ja. Hoi. Hoi. Vorzug nicht, Herr Ball. Ich höre und gehorche. Hoi. Arbeit abgeschlossen. Ich höre und gehorche. Ich höre euch zu Diensten. Okay, gehen wir mal gucken, was der Gegner so treibt. Vorzug nicht, Herr Ball. Was liegt an? Hoi. Hoi. Vorzug nicht, Herr Ball. Ich stehe euch zu Diensten. Ja. Benutzt meine Mann. Ja, Lord. Ich höre und gehorche. Wir werden angesessen. Boah. Hoi. Ho. Kostet meine Klinge. Hoi. Wer ist mein nächstes? Vorzug nicht, Herr Ball. Ich stehe euch zu Diensten. Ja, Lord. Ich höre und gehorche. Führt meine Klinge. Ich stehe euch zu Diensten. Ha, ha. Ich höre und gehorche. Ja, Lord. Vorzug nicht, Herr Ball. Wen tötet ich zuerst? Hoi. Vorzug nicht, Herr Ball. Ja. Ho. Kostet meine Klinge. Dich hack ich klein, du. Ich stehe euch zu Diensten. Hoi. Forschung abgeschlossen. Ja. Ja, Lord. Okay. Wo verstecken sich Feinde? Bisschen hochheilen. Wer ist mein nächstes Opfer? Ist ja schließlich Mana-Brunnen. Und Feuer hört meinen Ruf. Um Erde und Feuer hört meinen Ruf. Ich stehe euch zu Diensten. Gucken wir gleich mal die andere Base, ob der genauso viele Tauer hat. Dann gehen wir weiter auf Docks. Und nächste Go. Und nächste Go. Ich höre und gehorche. Ja. Für die brennende Klinge. Ja, Lord. Ich höre und gehorche. Gut. Machen wir den Creepspot noch schnell. Mein Mate braucht noch ein bisschen länger. So, und go. Mal sehen, ob der genauso viele Tauer hat. Was liegt da an? Ich stehe euch zu Diensten. Oh. Da muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Was liegt da? Wo verstecken sich Feinde? Verschauen abgeschlossen. Wo gut. Zeit zu töten. Ich stehe euch zu Diensten. Führt meine Klinge. Wer ist mein nächstes Opfer? Auf den Blader. Fällt sofort. Oh mein. Noch mal das Hex. Fasier lasse ich natürlich auch nicht wegkommen. Wird einfach so weggeschnetzelt. Komplett Power. Hehe. Joa. Sollte es jetzt schon gewesen sein, ne? Oh, schön ein bisschen hochheilen. Hätte ich mal doch die Heal Wave auf zwei geskillt. Also nochmal. Leider auch gar kein Mana mehr. Ah. So. Feilen wir eben so ein bisschen hoch. Unverzüglich. Ja. Caster sind schon die absolute Macht. Vor allem wenn die Gegner nichts dagegen haben. Wunder sind wir euch. Wie kann ich die nicht sagen? Ja, los. Wir brauchen wir dann. So. So. Kurz Mitte. Hier braucht meine Hilfe. Hehe. Okay. Okay. So. Kurz hochheilen. Na gut, Mate. Komme schon. Ähm. Und ein paar Tauchen hinten drin. Die können unsere Armee allerdings nicht stoppen. Ich stehe euch zu Diensten. Ich höre und gehorche. noch ein Grund übrig. Ja. Hier braucht meine Hilfe. Unverzüglich. Das Ding. Ja. Ein paar Pfeilen aufstellen. Dann kriegen sie nichts mehr tot durch diese ganze Heilung. Ja. 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 Einheiten, die wirklich Schaden anrichten könnten. Ja. Aber die braucht man so gar nicht. Denn insgesamt dieser Schaden. Das ist einfach. Genug Oh, schön gehealt nochmal Nein So Ihr seht's, wir kriegen überhaupt keine Einheiten von uns platt Das haben wir wirklich schön runtergespielt Und, ja, Weiwern Gegen Orcuman sowieso keine gute Wahl Wem töte ich zuerst? Wie kann ich die nicht sagen? Das ist eine gute Wahl, mal Unverzüglich Was liegt da? Ich höre den Ruf Das Ding Wonach seht ihr euch? Ach, guckt mal da Baut er sich wieder eine Echse auf Direktlich A wise plan Ich stehe euch zu diensten Heiisch Nein, da hab ich meinen Katapult verloren Was ist denn da verkehrt? Hm, keine Ahnung, warum der wieder versucht, da noch umzuleben Aber okay Wie kann ich dienlich sein? Wir werden angegriffen Ich höre das Ding So, roll nochmal Oh Gott, schon brauche ich dann so viel Gold her Das ist, wenn man gar keine Einheiten verliert oder fast keine Du haust nicht ab Und vergisst man auch schon mal, welche nachzubauen Hm, und bei mir duftet es Ich hab Hähnchen im Backofen Njam, 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 njam Vielleicht auch deswegen dieser schnelle Sieg Weil ich einfach so einen Kohldampf habe Oh, ich hoffe, der hat sich jetzt hier nicht noch irgendwo mehr eingetrauert Es reicht Time to leave, my friend Ja, er hat's gehört Und beherzigt Ich hoffe auf jeden Fall, das Game hat euch gefallen Und wenn ja, schaut auch im nächsten wieder rein In diesem Sinne, bis bald, euer Ram Ich hoffe auf jeden Fall, bis bald, euer Ram Ich hoffe auf jeden Fall, bis bald, euer Ram Ich hoffe auf jeden Fall, bis bald, euer Ram